Wollt ihr noch ein Stück hören? Ja! Wollt ihr noch ein Stück hören? Ja! Damit könnt ihr arbeiten. Unser nächstes Stück, das trägt den Titel im Bosk. Es ist zurückzuführen auf einen alten keltischen Bauch, bei dem nackte Frauen durch einen brennenden Reifen springen, in der Hoffnung davon, fruchtbarer zu werden. Und unsere Aufgabe als kuriose Spieler ist es, dem Geschehen zuzusehen und das zu bespielen. Durch nun, im Bord! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF,